Wir wollen einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen leisten und das funktioniert nur, wenn wir in allen Bereichen des Unternehmens auch nachhaltig handeln. Wir werden auch in Zukunft mit innovativer Technologie wirtschaftlich erfolgreich sein und dazu kommt unser Nachhaltigkeitsprogramm Mission Blue, in dem wir unsere Aktivitäten zusammenfassen. Das heißt, wir machen Schubert zu einem nachhaltigen Unternehmen mit einer nachhaltigen Unternehmensführung und mit einer klimaneutralen Produktion. Dazu gehört, dass der Betrieb unserer Maschinen umweltfreundlich ist und dass wir zusammen mit unseren Partnern nachhaltige Verpackungslösungen für unsere Kunden entwickeln. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis für unseren Erfolg. Wir bauen auf ihre Erfahrung. Deshalb möchten wir einer der besten Arbeitgeber in Deutschland werden. Gesundheit, Gleichberechtigung und Familienfreundlichkeit haben oberste Priorität. Ganz besonderen Wert legen wir auf ein gutes Miteinander. Schubert wird ab Ende 2023 klimaneutral produzieren. Im ersten Schritt beziehen wir unseren Strom ab Januar 2022 aus klimaneutraler Produktion. Regionale Lieferketten verkürzen die Transportwege und schonen die Umwelt. Aktuell errichten wir im Hintergrund unsere Halle 3 bestehend aus einem Bürogebäude und einer Endmontagehalle, die wir CO2-neutral betreiben werden. Dies ist möglich, da wir die Halle nach dem neuesten Energiestandort KfW 40 Plus errichten und gleichzeitig eine Photovoltaikanlage mit 550 kW Peak realisieren. Zum Heizen und Kühlen nutzen wir zwei latente Wärmespeicher, auch Eisspeicher genannt. Ein Eisspeicher besteht aus einem Behälter mit 1000 Kubikmeter Wasser und vier Wärmepumpen in Kaskadenschaltung. Schubert wird an diesem Standort den größten Eisspeicher der Welt bauen. Mission Blue heißt für uns Technologie im Dienst der Nachhaltigkeit. Wir verbessern die Energieeffizienz unserer Maschinen durch optimierte Roboterbewegungen, Motoren, Rekuperation und Kühltechnologie. Für unseren Service steht die Ausschussvermeidung und Langlebigkeit der Maschinen durch Umbauten und Retrofits an erster Stelle. Nachhaltigkeit benötigt Forschung und Innovationen. Und damit kennen wir uns aus. In unserer Verpackungsentwicklung entstehen ressourcenschonende Kartonageverpackungen. Und gleichzeitig testen wir umweltfreundliche Folien. Unsere Maschinen verarbeiten flexibel herkömmliche und umweltfreundliche Materialien. Gemeinsam mit unseren Branchenpartnern entwickeln wir umweltfreundliche Verpackungslösungen von morgen. Die gesamte Schubert-Gruppe ist bei Mission Blue dabei. Denn eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft erreichen wir nur alle gemeinsam. Weltre倣 ein blüht und Geiste Vielen Dank.